Die Industrie 4.0 ist ein sehr dynamisch entwickelndes Gebilde, wo zu viel Regulierung einfach den technischen Fortschritt auch sehr stark einschränken würde. Ich weiß, dass die Industrie selbst sich sehr bewusst ist und auch bewusst eine Verbesserung der Zustände anstrebt, aber Regulierung führt im Allgemeinen zu einer deutlichen Verlangsamung und das wäre ein massiver Wettbewerbsnachteil im Vergleich zu den anderen Ländern, die sich auch der Digitalisierung verschrieben haben.